so also die zwerge sind sicher das heißt ich kann kraften seil haben wir nicht aber müssten wolle herstellen können er wolle haben und seine herstellung keine wolle was jetzt sagt bloß ihr habt das schaf nicht umgebracht oder nicht eingesammelt er kommt das müssen wir machen da geht nichts darum und ich mache mal zweifache geschwindigkeit damit das alles schneller hinhaut so ihr habt nichts zu tun ich glaube diese meldung die immer kommen mit keinen weg finden damit zu tun dass die decke hier so niedrig ist können wir natürlich auch machen wir hören das ganz um einen müssen vor die ganzen beeren streue hier weg machen bist du inzwischen auf 44 warum auch du hast ja bloß überall stück bekommen sagt das ganze zeug mal ein komisch kommt gehen rein du hast nichts mit einer tasse auszusammeln wasser bräuchten wir auch noch könnten das ganze ding einfach mal leer machen oder das da get am water macht er nicht das ist rötlich ne sieht rötlich aus get the water macht er auch nicht also jetzt diese einzelnen kleinen pfützchen hier water 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 ja okay die können auch alle weg ist ja nicht so als wir nur so zwerge viel zu tun hätten oder so portal verschwinden ist nicht gut genau geht mal weg da take control release geht mal schön wieder da hin und wo ich das hier gerade sehe die beiden felder sollten wir noch abbauen damit hier keine fahnen wachsen wie irgendein zwerg den später wieder abbauen will weil er denkt das zu unserer festung gehört weil wir es abgebaut haben das sollte auch unbedingt gefixt werden so kraft ich brauche mehr fahrungspunkte ist inzwischen das dingens da ja 5 seile sehr gut hätten wir gerne lederschuhe da zwei lederschuhe vier lederschuhe das erste mal nach zig folgen dass unsere zwerge schuhe tragen tada gleich ein achievement so 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 super zwerg was machen die schuhe überhaupt zwei rüstung rüstung zwei rüstung der ledelhelm macht wahrscheinlich auch zwei schick also bei den leuten jetzt fast den rüstungswert verdoppelt dass die schuhe angezogen haben das haben wir noch nix kraft was haben wir jetzt neu zum kraften eisenschwerter braucht viel stahl okay wir haben kohle leisen 12 eins zwei so eisenschwert achso kurz warten das muss hier hergestellt werden das eisen äh der stahl bist du im käfig drin ernsthaft naja ich dachte schon das kenne ich aus torforte schon so gut das muss hier nicht auch mal passieren äh genau du machst den stahl ich bin hier unten wollten wir ignorieren hier haben wir alles abgeschlossen ist inzwischen hier ist alles aufgesammelt worden nö immer noch nicht portal schön 113 Holz warte mal was können wir aus Holz so schönes herstellen deko technisch wooden wall bringst du komfort nein das ist schade simple fence bringt auch kein komfort ich suche jetzt Sachen die den komfort hoch bringen weil ich finde ich dass dieses knubbelding unter dem totem das gelbe ding grün wird das wird bestimmt irgendwas tolles machen und ich bin mir ziemlich sicher wir hatten das schon mal auf grün ich weiß noch nicht wie also wir könnten planken herstellen da brauchen wir sowieso ein paar denke ich so planken werden hergestellt holzfallen warum nicht so holzfallen da das wird noch eingesackt das wird weggesäbelt das wird weggesäbelt das wird weggesäbelt steine wollten noch abbauen und unbedingt ein auge offen halten ob irgendwo schafe spawnen du da musst du auch noch weg genau kein neues schaf aber jede menge wildschweine oh komm willst du schon töten genau warum sammelst du zeug auf wenn du kämpfen sollst wo wollt ihr jetzt schon wieder hin genau da lang richtig und es wird dunkel hier war das ok ja hier oben soll jetzt eigentlich stein hin und dann wird hier unten der dirt weggemacht nur um diese komischen orientierungsfehler eventuell zu beheben und wenn nicht dann sieht es einfach toll aus weil es ist doch ziemlich gedrungen hier dafür brauchen wir nur halt stein dafür mache ich die tür hier unten mal auf bringe die spinne da um mach die kristalle weg so bau die spinnenseite ab das ist wirklich seite oder sowas oder wieben spinnenwieben genau da poppt ein Pilz hin Pilz weg wie viele mana haben wir? 18 portal bitte da hin das hier alles abbauen das ist alles stein hier hinten höre ich oh hallo hallo biola da müssen wir ein Auge drauf behalten Auge drauf so Build Rails haben wir Railroad Switch ja kenne ich mich noch gar nicht mit aus will ich einfach nur haben für den Forschungstree zip 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 und bauen wir wahrscheinlich neben dem Ding jetzt hier wenn es fertig ist ach das ist ein Anfangspunkt ein Endpunkt okay das heißt wir könnten hier eine runterfahren lassen eine geradeaus fahren lassen das wäre ja cool momentan sieht es noch ein wenig albern aus ja das stimmt ah wir haben da einen Stein ja wir haben eine Steinrückwand hingesetzt und keine äh Vorderwand das heißt das muss alles mit Dirt gesetzt werden nö 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 Holzplanken werden gebaut die Schienen sind da das müsste eigentlich gleich geschmiedet werden von einem Zwerg der Zeit hat und Skill wo sich momentan keiner berufen fühlt okay Wasser aufsammeln ist auch eine gute Idee zip 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 und mir fällt gerade auf dass ich durchgehend in dem zweifach Geschwindigkeitsmodus spiele und es mich nicht wirklich tangiert äh ja also die Bewegungen wirken zwar ein wenig hektisch aber man schafft halt schneller was finde ich eigentlich ganz okay so Steine haben wir jetzt ein paar mehr Billstone 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 das hier unten kann dann weg später äh Portal unten steht nicht mehr steht jetzt wieder Säbel 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 Task complete enlarge the shelter erhöhe den shelter so dass alle Zwerge Platz und Betten haben äh hatten sie vorher auch oh gut Level up Zwerg noch ein Totem hohohoho das macht das ganze jetzt interessant mach das nochmal weg das nochmal weg das da weg und wir sollten unser neuen Zwergen ausrüsten zipp 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 du kriegst einen Bogen du kriegst eine Holzrüstung Holzhelm und keine Schuhe und Werkzeug hast du auch keins und wir haben auch keinen Stein für Werkzeuge das sollten wir gleich ändern das ah nee nee das kann nicht weg nur für den Fall dass die hier reinbrechen wollen ähm mh ihr habt nichts zu tun warte F1 ihr habt ganz viel zu tun hier unten das muss alles weg das kann auch alles weg kann alles weg auch nicht hier hinten will ich nicht arbeiten so das kann auch weg das kann weg das kann weg hallo Schatten ja das hört sich doch cool an wenn die alle rhythmisch einschlagen Kraft was können wir Neues herstellen warum gibst du mir ah da Spinnenweben ja Schingelt Roof oh die müssen wir auch noch bauen äh du und du und du und nicht mit Re Schingelt Roof kommen da in den Lichtsaubin und so wenig so die weiche stellen wir einfach irgendwo was weiche stellen wir da hin fallen stellen wir hier oben nicht so stellen wir hier oben drauf wir könnten auch ein Roof setzen oh ne wir setzen nur ein für den Erfolg wollte ich schon sagen da hin so da hin da hin da hin da hin da hin das ist Pilt Stone Pilt Stone Pilt Railroad Switch Pilt Schingelt Roof oh was das ist jetzt komisch ah dass der Cursor plötzlich nach unten gerutscht ist aber das wird wohl meine Tastatur sein wir können jetzt ein Lancet Window herstellen mit Glas hier kriegen wir nochmal Glas Kohle wir haben keine Kohle mehr das ist nicht gut Iron Pickaxe oh wir können jetzt Iron Pickaxe und Iron Axe herstellen das ist schön weil wir haben gerade nicht so viele Steine aber die Steine für unsere Festung brauchen 1, 2, 3 4 Equip so unser erster Zwerg Rick bekommt eine davon du bekommst eine davon du bekommst eine davon wie viel besser sind die eigentlich Damage 6 Mining 2 Mining 1 also Top fühlt so gut und machen noch mehr Schaden Frage ist jetzt machen die mehr Schaden wenn man damit zuhaut oder hat der Zwerg einen Schadenswert und der erhöht sich also mit egal was er zuhaut macht er dann mehr wenn er die Pickaxe hat also meinetwegen hat jetzt die Steine Klapp die macht Schaden 8 wenn ich ihm jetzt die Pickaxe wegnehme macht er jetzt 8 Schaden wenn ich ihm die Pickaxe dazugebe macht er dann immer noch 8 weil er hier mir zuhaut oder macht er dann 14 ich nehme mir eher an 14 sonst wäre es ein bisschen albern so Craft was haben wir noch neues Kutschschwert und die Iron Axe ja ein Iron 1, 2, 3 Craft nee die macht auch 6 das wäre albern aber was ich gerade gesagt habe was ich denke das wahrscheinlich ist das wäre albern wenn es so wäre also ignoriert was ich alles gesagt habe eben gerade denn wenn das wirklich stacken würde würde der jetzt 8 14 20 Schaden machen ist doch ein bisschen krass ich denke er benutzt das was am meisten Schaden macht in seinem Inventar also er würde jetzt die hier benutzen das heißt wenn man nicht genug Stahl oder Eisen hat für die Keule hier was albern ist denn das Ding braucht nicht viel den könnte er die Pickaxe oder die Axt nehmen zum zuhauen was brauchten wir jetzt für die Keule ein Stück Eisen und Holz das kann es auch nicht sein ja bin ich mir einfach nicht sicher müssen wir später gucken wir können jetzt einen großen Tisch bauen Sachen gibt es na gut einen großen Tisch gehen wir mal kurz in Auftrag passt wahrscheinlich mehr Essen drauf und dann machen wir erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder an an ein Vielen Dank.